Willkommen auf der Hochzeitsmesse online. Schön, dass Sie die Gelegenheit nutzen, sich über unsere unterschiedlichen Sektempfangmöglichkeiten zu informieren. Wir legen direkt los anhand von Beispielen. Während das Brautpaar im Standesamt getraut wird, bereiten wir draußen alles vor. Mit solch einem schönen Anblick empfangen wir das Brautpaar und die Hochzeitsgesellschaft. Insgesamt ein edles, romantisches Gesamtbild. Beim Fingerfood haben wir uns für vegane Sushi mit lauem Gebäck und auch süßem Gebäckteilchen in Abstimmung mit den Brauteltern entschieden. Das sieht nicht nur lecker aus, das schmeckt auch so. Wir bieten Sekt, alkoholfreien Sekt, Orangensaft, Apfelsaft und Wasser an. Für Kinder haben wir extra Getränke dabei. Natürlich bieten wir ihnen ihre speziellen Lieblingsgetränke auf Wunsch gerne an. Bei diesem klassischen Sektempfang haben sie die Möglichkeit zu entscheiden, in welchem Umfang wir für sie tätig werden dürfen. Je nachdem, wie ihre Tagesplanung es zulässt. Ob mit Fingerfood oder zum Beispiel aus religiösen Gründen alkoholfrei, mit Zusatzprogrammen, selbstverständlich auch ohne. Für große Gesellschaften oder kleine. Outdoor oder Indoor. Es dürfte für jeden was dabei sein. Alternativ-Variante Set Light. Auch hier bieten wir ein breites Farbspektrum an und die Möglichkeit, Fingerfood dazu zu buchen. Unser Sektempfang Light ist budgetschonend und ein Highlight in der Darbietung. Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. Bei diesem Sektempfang bieten wir Ihnen die Möglichkeit, gegebenenfalls durch eigene Mithilfe die Kosten niedrig zu halten. Sie können alle bis zum Schluss in der Trauung bleiben und erst wenn der Sektempfang eröffnet wird, können Sie sich als Trauzeugen, Brautjumpfern, Geschwister oder als Freundeskreis mit einbringen, indem Sie uns beim Einschenken und Bedienen behilflich sind und wir so ohne zusätzliches Personal kommen können. Aufgrund der Einzigartigkeit der Darbietung erfahren erst alle in dem Moment, wo der Sektempfang beginnt, dass überhaupt ein Sektempfang vorhanden ist. Wir leiten ihn durch eine kleine Geschichte ein, die die Hochzeitsgesellschaft im Regelfall zum Schmunzeln bringt. Wenn Corona-bedingt nicht alle Gäste mit ins Standesamt oder in die Kirche können, können Sie entscheiden, ob wir uns im Vorfeld schon um Ihre Gäste kümmern. Zumindest für die Kleinen sind wir schon mal eine sehr gute Ablenkung. Die Kinder sind darauf erpicht, das Geheimnis unserer Körbe zu lüften. Nun können Sie einen kleinen Ausschnitt aus einem unserer Auftritte sehen, mit dem Eindruck einer Trauzeugin von unserer Aufführung. Wir haben hier heute das Brauchpaar gemeinsam überrascht. Die hat uns im Internet gefunden, bei YouTube, bei den Filmen. Ich war so begeistert und war völlig gespannt, wie wir denn dann live sind. Wie ist Ihr Eindruck von uns? Ja, wir hatten einen ganz tollen Eindruck. Wir sind hier rausgekommen, alles was vorbereitet. Wir als Trauzeugen hatten überhaupt nichts weiter zu tun, als mit dem Ruppen-Teppich spazieren zu dürfen, uns den Glassekt einchenken lassen zu dürfen. Das war eine ganz, ganz tolle Unterstützung. Schauen Sie sich gerne die anderen Videos hier auf dem Stand an. Ballons und oder Tauben und freie Trauung. Ich freue mich darauf, auf Ihrem schönsten Tag im Leben bei Ihnen die Gläser klingen zu lassen. Rufen Sie mich gerne an, damit ich Ihnen Ihren Sekt kredenzen kann. Froh gelaunt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei den anderen Videos und noch tolle Eindrücke hier auf der Hochzeitsmesse online. Bis später!